Ich muss da also wieder zurück zu meinem bürgerlichen Beruf. Ich frage einen Schnitzeltag. Die Arbeit ist gar nicht einmal so übel. Denn schließlich bereite ich den Kindern ein Mordschaudi. Schnitzel! Mami, Mami, ich möchte einen Schnitzel am Steele! Wir schnitzeln, meine Frau! Schnitzel ist einer mit, wir wünschen guten Appetit. Kinder essen sonst nicht viel, aber Schnitzel sind am Steele. Kornbeschnecht, haust es uns! Sagt der nette Schnitzelmann. Steckt ihr Stovi und ganz los ihr Schnitzel an die Lederhose. Schnitzel! Schnitzel! Was zum Schnitzel? Mein Schnitzeltag, er wurde geschätzt. Die Schatzbrandet, die haben euch gestohlen. Aaaaah!